Einen wunderschönen Hallöchen, Popöchen, wir spielen eine Runde wieder in die Pippa-Po, da kriegt ihr das Ohr, äh, ja, und da geht's wieder mal hart los, Kopfhörer ordentlich hinsetzen, so, leg mal los, leg mal los, leg mal los, tralalala, wir legen hart los, aber guckt, was die Hunde uns bringen wird, ich bin mal gespannt, was hier so gab, ja, na klar, macht wieder richtig krach hier, Schnauze, alter, was, okay, er hat ordentlich reingehauen, dieses Mal muss ich mich anstrengen, Ich dräng mich richtig, richtig hart an, nass, ein bisschen verwirren den Gegner, tschack, nächster, alter, du dreckiger Kleiner, wusste ich doch, dass der von der anderen Seite kam, aber ich hab mir gedacht, so, naja, gibt's ihn doch noch, eine Chance, den Schraussiegern, hätte ich mich, hätte ich mich da hingelegt, Kommt bestimmt da wieder einer, warte mal, ey, nicht so eilig, Kollege, lauten auch, wirklich nicht, alter, den hab ich kaum getroffen, ich hab nur noch, wie ich umgefallen bin, alter, was ist denn das, wenn er wollte,... Nein, jetzt, guck mal hier, campen wir mal. Hey, Alter, wo war denn der, Alter? Was ist denn das hier nur? Dreck, Alter. Geh, hier hoch, die Leiter. Ah, der ist noch geil drin. Ah, rein mal, rein mal ein. Oh, da war eine falsche Richtung. Geil, die Seite. Alter. Oh, Alter. Leider nach. Wahnsinn, das jetzt. Oh, das ist so geil. Oh, guck mal. Yeah. Mal gucken, wie die ist. Die sind auch ganz nice. Die scheinen ganz nice zu sein. Die ist aber scheiße, ne? Die ist kacke. Die gefällt mir nicht. Nein, die ist doof. Die glaube, die ist doof. Die gefällt mir. Reloading. Na klar, la läuft mal nach. Oh. Da warst du gar nicht, Mann. Getroffen. Getroffen. Oh. Loll. Selb, zur selben Zeit, Alter. Der legt nah und ich. Hüpp. Geil, Alter. Der Klassiker. Der Klassiker. Äh. Alter. Junge. Ein Schuss und der ist weg. Alter. Äh. Wo war denn denn jemand? Juckt. Juckt. Na, sie juckt. Hallo. Hallo. Ah ja. Hallo. Hallo. Au. Hallo. Hä? War da noch jemand? Alter, wie hat er mich gesehen? Alter, so schnell kann man da gar nicht reagieren. Das ist gar nicht so. Das kann nicht sein, Leute. Das kann nicht sein. Das kann nicht sein, einfach. Alter, ein Schuss, Alter. Ich bin Geschichte, Alter. Ein fucking Kack. Schuss, Alter. Das muss doch ein Headshot gewesen sein. Ich habe eine neue Folge durch die Mitte. Alter. Lebensmüde, wie ich bin. Lebensmüde. Hieronimo. Oh. Uh. Wir sind eigentlich noch richtig gefightet. Hier. Komm her. Jawoll. Nächster, bitte. Nächster, nochmal. Alter. Wie denn das, Alter? Ich dachte, ich war schon drin im Gebäude. Das ist da nicht mit diesem Ding her. Nein. Ich habe das dumme Gefühl. Dieser Ping haut ich manchmal ganz hin. Hallo. Oh, wieso wir schießen? Lade na. Hallo. 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 Jetzt nicht hier. Handy, schau zu. Aua, aua. Hallo, Ruhe. Aua. Alter, ein Schuss, Alter. Wie geht denn das? Das ist doch nicht normal, Alter. Ein Schuss. Man sieht halt nicht, ob die Scharfschütze sind oder nicht. Das ist mir blöd. Junge, mach mal den hier. Ah, ah, ah. Ich halte rein. Aha. Sehr gut. Aha. Oh, oh, 2, 3. Oh, da war sauer auf mich. Oh, die haben wir mal. Da muss ich los, aber. Da muss ich mal los, über den Soz. Los, du Soz. Ah. Junge, ruhig. Braune, ruhig. Überall, was ist eh? Hab ich mich... Aber, ja, ja, was ist das? Jawohl. Was ist denn das, Alter? Warum schieß denn dieses Ding? Ach so. Oh, okay, alles klar. Halalala. Oh, kommst du allein? Hast du allein? Wir haben sie aufgeräumt. Ah, das ist freundlich. Ja, rennt genau mit. Oh, komm ich. Immer der Masse, Max. Äh, ne, kann er, Alter? Ah. Leute. Alter. Wo hat denn der her? Kommt denn der her? Ja, moin. Ich muss mir bei dem Spiel merken, dass ich hier wie sie es ist, aber ich kriege das irgendwie nicht hinzuschnell. Das ist wie sie es irgendwie kacke. Weiß nicht, kacke. Machen wir mal den. All fresh. Machen wir mal Pupp. Machen wir das denn mal rein. Ey, wo im Schiff? Alter, da war da niemand. Bleibt mal nach, Kollege. Oh. Was war denn jemand? Alter! Bitte was? Alter, wer geht denn das, Alter? Junge. Ja, moin, Alter. Was war denn das, Alter? Alter, was ist denn hier los, Alter? Was ist das? Oh, komm denn. Äh, oh. Äh, ja, okay. Alles klar, deine dir. Vielen Dank. Hallo. Guck mal, wie der da liegt. Beine breit. Ein. Oh, da. Äh. Kann ich auch nochmal mitmachen? Danke. Ja, der macht mal hier, Leute. Ja, na klar. Der ist auch schon umgefallen. Wie? Wie ein Psychopath. Ist ja umgefallen. Machen wir mal den hier. Der ist doch dämlich, Alter. Renn der meine Kanade rein? Oh, der ist richtig heller. Der rennt genau in dem Moment, wo ich werfen wollte. Das ist ein Typ, Alter. Hallo. Ich werde auch mal ein paar Böhmchen machen. Ja, räumt da drauf, was wir aufmachen. Ob die wirklich nicht richtig damit machen. Ich glaube, eher weniger. Ah. Oh, oh. Ich gehe ja mal ins Häuslein, das ist mir zu heiß. Ja, sie. Ein richtig geiler Sieg. Dankeschön fürs Zuschauen, Leute. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.